Was ist die Geschichte der Flüchtlingsunterkünfte? Sie hatten die Idee, den Deutschen zu zeigen, hey, das was da passiert ist, das sind nicht wir, das wollen wir nicht, wir haben genauso Angst davor und möchten einfach zeigen, dass alle Menschen die gleichen Ängste teilen, was das angeht. Und dass es in jeder Gesellschaft ein paar Deppen gibt. Und ja, wichtig an der Sache ist, ist eine Sache, die zu 100% aus den eigenen Reihen kam und ein paar Ehrenamtliche halt nur begleitet haben, den Prozess, zum Beispiel Anmeldung der Kundgebung und solche Sachen, die Presse einzuladen.